Hallo Leute! Willkommen bei der Sims 4 Weihnachts-Challenge. Dies ist Teil 18. Und ich habe mir jetzt mal den Mod installiert, wo man die Tiere spielbar hat und zusätzlich den Mod, wo man dann sehen kann, wovor sie Angst haben und wovon sie besessen sind und so weiter. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob ich da was sehe. Oh! Sie braucht Zuwendung. Okay. Und jetzt gucken wir mal hier. Stance Watch. Obsessed with Gaming. Obsessed with Fridge. Afraid of the Shower. Afraid of the Microwave. Okay, wir haben keine Mikrowelle. Obsessed with the Stereo. Ah, das ist wieder Obsessed. Afraid of the Toilet. Okay, dann braucht sie ja nicht in die Toilette gehen. Vielleicht... Oh, jetzt stehen sie alle gleichzeitig auf. Aha. Naja, ich schätze mal, sie sind ausgeschlafen. Es ist 8 Uhr morgens. Vielleicht fehlt ihr auch einfach nur die Aufmerksamkeit. Obwohl sie hat ja schon Aufmerksamkeit gekriegt. Es wurde ja immer gefragt, was ist los und so. Also da sehe ich jetzt eigentlich nicht, was sie so hätte verängstigen können, weil wir haben keine Mikrowelle und die Dusche ist hier oben. Da muss sie ja keine Angst haben, wenn sie unten ist. Ja, und wie sieht das mit Renni aus? Hat Angst vorm Schwimmen, unter Angst vorm Feuer. Immerhin Angst vorm Herd. Und auch Angst vor der Dusche. Ja, ich meine, Angst vorm Herd ist natürlich unpraktisch. Der ist nun mal im zentralen großen Raum. Und die Zuwendung ist okay. Tja, und hier... Mal gucken. Ah, das sieht man jetzt wieder nicht. Oh, und Mauns ist jetzt zufrieden. Ein seltenes Ereignis. Ängstlich plus 1, ja. Also es hat jetzt irgendwie auch keine tiefen Erkenntnisse gebracht. Außer, dass Renni Angst vorm Herd hat, was natürlich sehr unpraktisch ist. Und beide haben Angst vor der Dusche. Tja. Nun ja, ich denke mal, ich werde diesen Mod bei nächster Gelegenheit wieder deinstallieren, weil ich den ja eigentlich sonst nicht brauche. Und ich kann dann auch die Weihnachtssachen wieder hinhängen, nach und nach. Weil damit hatte es ja offenbar nichts zu tun. So, jetzt sind sie hier. Haben sich alle gleich frisch gemacht. Das ist gut. Ja, Balin, gehst du jetzt was essen? Wo steckst du, Balin? Ja, steht da rum. Ist hungrig? Du kannst was essen, Balin. Das wäre doch eine geniale Idee. Okay. Und wer ist schon fertig mit Essen? Na, dann mache ich mal ein Familienfoto. So. 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 Schön. Ja. Ja, für eine Sekunde saßen mal alle am Tisch. Christkind, wenn du schon aufgestanden bist, könntest du... Ah, sie ist gerade auf dem Klo. Könnte sie mal hier die... ...die Futterdings auffüllen. Ah, und jetzt ist dieses Ding kaputt. Zurzeit geht er aber viel kaputt. Zwocke. Der isst gerade noch. Tja. Naja, dann soll der mal fertig essen. Und wenn er fertig gegessen hat, soll er das reparieren. So. Zwockel, ess einfach mal. Ich verstehe zwar, dass du gerne plaudern willst, aber dann wirst du nie fertig. So. Weihnachtsmann ist immer noch schwindelig. Dann hol dir doch mal ein Getränk. So. Zwockel, wie schaut's aus, mein Lieber? Ja, jetzt ist er schon wieder im Gespräch. Christkind, du könntest mal was kochen. Dann lenkst du hier auch nicht den Zwockel so ab, denn der hat viel zu tun. Mach doch mal... Oh, Taco-Auflauf. Taco-Auflauf klingt gut. Und Zwockel, lass doch mal das Geschirr. Darum kümmere ich mich gerne. Ich kann damit Geld verdienen. Ja. Und du reparierst hier mal das Waschbecken. So, und Barleen, wie sieht's mit dir aus? Nee, lass mal stehen, lass mal stehen. Kümmer dich lieber mal um die Pflanzen. Ja, was geht hier ab? Ah, der Zwockel. Der muss hier noch mal Teile plündern. Ja, sehr gut. Und, wo ist der Haufen hin? Da ist er gelandet. Okay. Dann schmeiß ich das mal weg. So, jetzt kannst du aufs Klo gehen. Eine sehr gute Idee, mein Lieber. Und ich überlege, ob ich mit Weihnachtsmann und Christkind noch mal irgendwo hinfahre. So. Also, vielleicht auch mal außerhalb von Brindleton Bay. Einfach noch ein paar Leute kennenlernen. So, zieh dir auf jeden Fall mal deine Weihnachtsklamotte an. Ja, und er ist eigentlich ganz gut beieinander. Und Christkind auch. Dann würde ich sagen, wir schicken noch einmal kurz Mounds los. Und es scheint mir fast so, als könnte ich nichts Wesentliches an dieser merkwürdigen Angstgeschichte ändern. Was ein bisschen schade ist, finde ich. Und ich habe bei den Kommentaren von dem Mod auch zum Teil gelesen, ja, mein, na toll, jetzt ist da gleich jemand beschämt. Was latsche denn da rein, Christkind? Du bist doch dämlich. Du hättest klopfen können. Naja, sie ist jetzt so selbstsicher. Da macht das bisschen beschämt nicht viel aus. So. Also, wir fahren einfach mal los. Irgendwo Schönes hin. Ah, Weihnachtsmann sammelt hier noch eine Feder ein. Ja, mach das mal. Ja, bedank dich mal. Bei dem nicht mehr vorhandenen Tier. Das ist sehr gut. Und die geben wir auch schon mal dem Zwuckel. Der Zwuckel ist unser Verwalter, der... Äh, und? Was machst du jetzt mit den Federn? Jetzt gehst du extra noch mal... Ach, Weihnachtsmann. Die hättest du gleich mitnehmen können, wenn du dich schon wortreich bedankst. Sehr gut. Naja. Wie lange ist er denn noch krank? Das ist ja eigentlich nicht okay. Komisch. Ihm war schwindelig. Aber er hat hier überhaupt keine Mutlets. Ja, Mutlet heißen die, glaube ich. Und Christkind. Ja, fühlt sich wohl und so weiter. Und ist ein bisschen peinlich berührt. Aber viel zu selbstsicher, um sich davon einschüchtern zu lassen. Hier können wir noch was verkaufen. Ich würde sagen, wir fahren los, auch wenn der Weihnachtsmann ein bisschen schwindelig ist. So, und ich denke mal, wir fahren mal in eine andere Welt. Wo könnten wir denn hinfahren? Vielleicht nach Sanmai Shuno. Ich denke mal, das macht Sinn. Und gehen wir jetzt Leute besuchen? Oder vielleicht gehen wir an irgendeinen zentralen Platz, wo man sowieso immer Leute trifft. Also zum Beispiel hier zu der Karaoke-Bar. So. Nimm mal Christkind mit. Jawohl. Und dann schauen wir, wem wir da so treffen. Der Außeneinsatz in Sanmai Shuno. Ja. Okay. Da seid ihr in der großen Stadt. Jetzt gucken wir mal, was hier so los ist. Ja, da spielt jemand Musik. Ein Festival wäre natürlich noch toller gewesen. Aber ihr könnt erst mal Musik zuhören. Ja, würde ich sagen, ist eine gute Idee. Okay, da mache ich dann einen kleinen Screenshot. Ja, sie sind gleich ganz begeistert. Halten ihre Handys hoch? Bedeutet das, dass sie jetzt... Ah, sie beleuchten das Ganze. Okay. Das ist wohl irgendeine... Handy-Tradition. Die mir so nicht so geläufig ist. Aber ich kenne das von manchen Sachen, dass man Feuerzeuge hochhält. Und wahrscheinlich ist das sowas ähnliches. Auf jeden Fall sehen die sehr begeistert aus. Wisst ihr was? Wenn ihr schon so begeistert seid, könnt ihr auch eine kleine Spende geben. Muss jetzt eigentlich viel sein. Vielleicht fünf Simuleons oder so. Und Christkind treibt Sport. Hey, du siehst überhaupt nicht mehr aus wie Christkind. Na, immerhin hat sie ein rosa Outfit. Aber eigentlich bist du in Sachen Christkind unterwegs. Na ja. Wollen wir mal nicht so streng sein. Hier, begrüßt mal diese Dame. Weihnachtsmann. Ja. Stopp. Lauf nicht davon. Ah, die kennt ihr schon. Ja, die war, glaube ich, Verkäuferin an dem Fischstand oder so. Er kann ganz passabel geigen, muss man schon sagen. Ah, und er hat jetzt auch Level 3 der Charisma-Fähigkeit erreicht, der gute Weihnachtsmann. Das wird auch Zeit. Ich glaube, dieses Stück musste ich auch mal geigen in meiner Jugend, als ich noch gegeigt habe. Ich hatte nämlich mal viele Jahre lang Geigenunterricht. Und das Üben war mir meistens zuwider. Wie das halt in der Jugend so ist, da hat man auf solche Sachen meistens nicht viel Lust. Aber manche Geigenstücke haben mir gut gefallen. Und genug gespielt. Ja, Christkind ist ganz begeistert von dieser Statue. Du könntest dich jetzt erstmal wieder umziehen. In dein Christkind-Outfit. Und willst du hier auch mal was spenden? Okay. Lebendiger Statur zusehen? Ja, mach das ruhig mal. Okay. Christkind ist ziemlich begeistert. Blablabla. Blablabla. Ja. Da können wir jetzt lange rumstehen, nicht wahr, Christkind? Du könntest auch mal hier diese Dame da begrüßen. Der Weihnachtsmann hat dich schon kennengelernt. Die verkauft nämlich manchmal auch in Brindleton Bay. Ja, du hast lange genug der lebendigen Statur zugeguckt. Hey, du hast dich bewegt. Das habe ich gemerkt. Okay. Mal gucken. Wer ist denn das? Christian Kreuz. Okay. Oh, in der Karaoke-Bar ist Happy Hour. Aber da singen die alle immer so schräg. Okay. Können wir hier noch irgendwas Gravierendes erreichen? Oh, hier ist noch jemand, den könnte man kennenlernen. Und Weihnachtsmann. Hey, du siehst gar nicht mehr aus wie der Weihnachtsmann. Na sowas. Zieh dir mal wieder dein Weihnachtsmann-Outfit an. Du bist doch hier in beruflicher Mission unterwegs. Ja, ich denke, ich mache mal Schluss mit dieser Episode. Wir haben hier ja immerhin ein bisschen was erreicht in der Stadt. Präsenz gezeigt. Damit auch die Stadtbewohner wissen, dass bald Weihnachten ist. Ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.